hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von my time at porsche ja wir haben wir haben was haben wir denn winter winter haben auf jeden fall und wir haben heute unser date mit der sam und wir müssen gucken dass man hier die ganzen dass man da einiges verkauft kriegen weil ich halt doch was können wir denn hier machen glas können wir noch einiges machen das ist auch noch eine idee das können wir nämlich auch gut verkaufen so und dann sagen wir natürlich der emily gerade hallo da ist er ich dachte gerade die muss doch hier sein um diese uhrzeit hallo madame für bringt doch mal was zeit mit meinen freunden könnte ich machen so so einen kriegst noch das sieht besonders schön aus da müssen wir natürlich bei der lieben me vorbei wie weit sind wir denn da eigentlich wir haben fast das letzte herz voll cool sie ist schon freundin sie ist noch bekannte so kann ich eigentlich in auftrag annehmen kristallhalsketten müssen wir noch machen du hast du hast mich fast getroffen entschuldigung äh wassertanks zwei stück zwar fünf einzelsitze zwei ventilatoren da weiß ich nicht wie ich die mache kann ich den annehmen ne kann ich eh nicht gut müssen erst den einen fertig machen den mit den kristallhalsketten vorher gehen wir aber bei schatzi vorbei ich brauche noch einen strauß rosen von der alice hallo dir kann ich auch noch was schenken magst du so einen füller ist okay ja das blumen kaufen kostet natürlich ordentlich geld aber andererseits muss das auch sein ne müssen ja unseren schatzi bei laune halten so etwas kühl handwerker vielleicht sollte ich einen artikel darüber schreiben wie man auch im winter warm bleibt so du kriegst rosen ist das wow das finde ich toll steinschere papier ach die emily hat eben das das herz gar nicht genommen ok so du hast aber auch ein glück interagieren liebkosen massage und natürlich küssen so mehr kann man nicht machen dann gehen wir jetzt mal in die ruinen in die gefährlichen ruinen ah der ginger können wir noch kurz hallo sagen dir kurz auch ja sonntagsversammlung macht ihn schläfrig so leute in porsche sind ein einfaches völkchen bei ist auch nett ach hi sam so sie sagt nichts kriegst noch straußblumen so ja hier gibt es ja auch was wo wir ähm müssen wir nur die uhrzeit im auge behalten wo wir hier äh gegen gegner kämpfen können müssen dürfen tun hier irgendwo war das da so schlurp betreten ja da kriegen wir vielleicht waren wir da unsere äh unsere unsere ventile her kriegen kupferdraht so das wäre alles hier ne ja ne 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 beenden will ich nicht nächste äh äh ah die flaschen können wir glaube ich aufsammeln ne ne kann ich nicht aufsammeln okay ähm ich dachte ich könnte vielleicht kann ich hier ganz lang laufen ohne da haben wir jetzt natürlich einiges für eingebüßt aber ja ja so ein komischer kobold hier Ebene 3 von 6 das schwert ist natürlich mega was wir hier haben läßt lässt er mich wohl in Ruhe so hier war nix mehr ne Eben Ebene 5 muss gleich mal auf die zeit gucken 14 uhr ja das sollten wir bis 18 uhr eigentlich schaffen so können wir die nein können wir nicht was habe ich übersehen ah so einmal zweimal dreimal uah holla ist jetzt offen ja und die letzte Ebene zeit passt das ist der endgegner hier ja ja aua ja 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 Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Kann ich hier kurz im Inventar, ich brauche nämlich das Zeugs hier unten, was ein bisschen Heilung verspricht. Oh wow. Ja, klappt nicht. Klappt nicht so wirklich. Ich hole Nuss, hab das Schwert nicht an. Das fängt ja schon sehr gut an. Ich hole Nuss, hab das Schwert nicht an. Na? Holla, war das knapp. War das knapp. Stellt Fisch was wieder her? Nee. So. Das war richtig knapp. Also die Endgegner sind noch nicht ohne. Das muss man schon sagen. Exit beenden. Nächste, da will ich jetzt noch nicht rein. Mit 19 Restleben, nein. Nein. Definitiv nein. So, aber wir fahren am besten damit heim. Äh, da wollte ich hin. 19 Restleben ist definitiv zu wenig. Können wir was verkaufen. Genau. Das ist kein Fehler. Da haben wir Blumen. Ja. Können wir nachher das same nochmal schenken bei unserem Date. So. Kaufst du sowas? Gibt aber nur einen. Naja, immerhin. Bestätigen. 15. Der gibt 15. Der gibt 15. Können wir auch verkaufen. Ja. Da haben wir auch ein paar. Darfst du auch haben. Blaues Leder. Ja. Gibt ein bisschen was. Können wir gerade mal verkaufen. So. Tierknochen. So. Da habe ich bisher noch keinerlei Verwendung für gefunden. Wir haben schon über 10.000. Sehr schön. So, die Barren verkaufe ich gerade auch mal. Den darfst du haben. Stein. Tierfett. Gibt nicht viel, aber. Wir haben Ventile. Äh. Sehr schön. Eine Uniformjacke. Schaltkreise. Kann man auch mal ein paar verkaufen. Das ist Sand, oder? Ne. Sulfat. Ha. Halt. Nein. Den verkaufen wir nicht. Ähm. Das ist Sand, oder? Das hier können wir noch verkaufen. Gibt es Geld? Ja. Behalten wir mal. So. Wir haben Sulfat. Da kann ich glaube ich das Schmuckkästchen mitmachen. Was ja unsere äh äh unser Schatzi immer mal wieder wollte. So. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Schmuckkästchen. Kristallhalsketten brauchen wir natürlich. Vier. Wir brauchen noch mehr Kristall. Ja. Schmuckkästchen. Das war das was ich. Genau. Sulfat brauchten wir dafür. Und Kristall. Den den wir gerade nicht haben. Eisenbarren. Kupfer. Achso. Vielleicht sollte ich ja auch noch auftanken. Und fertigen wir noch ein bisschen was. So. Da können wir auch noch mal. Carbon könnten wir auch noch fertigen. Machen wir jetzt erstmal die sieben Stück da. Kann man ja auch auftanken. Ja. So. Mit den Lamas lege ich mich jetzt mal nicht an. Nicht dass ich hier noch versehentlich sterbe. Ach ich treffe mich mit der am Platz ne. Ja. Den einen Kristall hier können wir. Der ist schon weg. Ja. Dann müssen wir. Können wir noch angeln. Habe ich Würmer dabei? Nope. Gut. Eine Stunde bis spielen. Ja. Hi Oaks. Papa Bear. Papa Bear. Papa Bear. Fühlt sich Papa Bear. Er muss sich was überlegen. Um ihn abzukühlen. Guck mal ein Ei. Das ist der Gedanke der Zelt. Also das Fleisch mag er offenbar lieber. Gut. Dann nicht. Dann halt nicht. Ich. So. Bist ja schon da Sam. So. Und. Lass uns was in der Stadt abhängen. Ich habe lange nicht mehr gemacht. Fangen wir mit das gemütlichem an. Achso. Ich bin etwas müde. Können wir uns einen Moment hinsetzen? Ja. Dann lernen wir nämlich die Sam ein bisschen besser kennen. Plaudern. Als sie aus Lucien fortging, lebte ich erst in Atara und dann in Sandfels. Keine Stadt ist wie die andere. Aber Porsche ist der einzige Ort, an dem ich mich wie zu Hause fühle. Machen wir ein Kompliment. Du wirkst einfach immer so ruhig und gefasst. Haha. Wie lustig. Denkst du das wirklich? Sonst höre ich immer nur, dass ich ein Wildfang wäre. Ich denke auch eher, dass sie ein Wildfang ist. Wie du Portia beschützt, das ist großartig. Ich bin einfach nur froh, dass ich etwas für Porsche tun kann. Das ist ein ganz besonderer Ort. Beschenken. Du kriegst einen Blumenstrauß. Mir gefällt das Geschenk. Danke. So. Den Rest können wir hier noch nicht machen. Dann können wir aber auch mit dir mal eine Runde auf die Wippe gehen. Macht dir bestimmt auch Spaß. Wippen. Uh. Sagt sie da. Das gefällt dir. Und noch höher. Mich würde es ja persönlich da so auf die Schnauze hauen. Wenn ich das so im Stehen machen würde. Aber. Die können es ganz gut. Jawohl. Und dann dürften wir jetzt auch gleich fertig sein. Drei Sekunden noch. Jawohl. Hat solchen Spaß gemacht. So. Was machen wir noch. Kann man noch ein bisschen wippen. Äh. Schaukeln. Ich glaube da brauchen wir drei oder? Reichen da zwei? Möchtest du hier schaukeln? Nein. Nein. Dann müssen wir doch essen gehen. Gehen wir noch was ins Warme. Vielleicht können wir da. Äh. Die Hörner sehen ein bisschen merkwürdig aus. Hi Sonja. Sam. Ja. Machen wir. Ist ja schon fast ein bisschen gemein, ne? Über Lieblingsessen reden. Der gebratene Reis Hochwind ist der beste gebraten Reis den ich je hatte. Bestellen können wir leider nichts mehr. Fragen wir nochmal nach der Arbeit. Wirst du anders behandelst als die anderen als das einziges Mädchen in der Ziviltruppe? Wenn ich bevorzugt behandelt würde würde ich aufhören. Meine eigenen Fähigkeiten haben mich dahin gebracht wo ich jetzt bin. Bei einer Übung habe ich ein Unentschieden gegen Alu erreicht. Bin ich ziemlich stolz drauf. So. Nochmal nach Arbeit fragen. Wie ist das Leben in der Ziviltruppe so? Es gefällt mir. Mit der Ziviltruppe kann ich meine Kräfte einsetzen um Gutes zu tun. Und in Alu und Remington habe ich zwei wirklich gute Freunde. Du wirkst sehr zuverlässig. Aber klar doch. So. Das war cool. Vielen Dank für die tolle Verabredung. Wir sehen uns. Machen wir noch ein Selfie. Äh. Drehen wir. Achso. So drehe ich. Ähm. So. Ja dann würde ich sagen gehen wir jetzt auch zu Bett. Entschuldigung Tobi. Was ich nochmal gucken kann ob ich äh. Noch Ventile jetzt machen kann. Äh. Sprinkler machen kann. Da müssen wir hin ne. Sprinkler. Zwei können wir machen. Das ist ja schon mal etwas. Aber wir brauchen noch mehr Ventile. Das heißt wir müssen wieder in die Ruinen rein. Und wir brauchen Kristall. Den. Könnten wir heute eigentlich noch besorgen. ne. Ist ja erst 19 Uhr. Da können wir eigentlich noch geschwind hier hin laufen. Und. Bisschen Kristall holen. Die Lamas lasse ich in Frieden. Weil hier hinten ist ja auch nochmal einer. Sollte sein auf jeden Fall. Kann ich dich? Nein. Aber dich. Und dich natürlich. Das ist ein Saphir und kein Kristall. Doch ist ein Kristall. Ok. Hab nix gesagt. Kriegen wir da drin auch was? Im Moment nicht. Da muss ich auch mal gucken was wir da noch machen müssen. Dich kann ich nicht. Doch. Dich kann ich. Dann nehmen wir dich auch noch mit. Hi Toady. Dass wir noch viel Material verkaufen können. Zinnerz, Marmor, Kupfererz. Sehr gut. Sehr gut. Weil wir brauchen immer noch viel, viel, viel Material. Oder viel Geld. 15.000 brauchen wir. Dass wir das Grundstück vergrößern können. Und dann nochmal 10.000. Dass wir. Dings machen können. Wie viele Halsketten brauchte der? 10 oder? Das sind viele. Um das mal so offen zu sagen. Wir haben noch so viel Energie. Da können wir auch mal ein bisschen hier die Dings freimachen. Da kann ich nix. So. Die können wir auch noch grad mitnehmen. Und dann geht's ins Bettchen würde ich sagen. Dann könnten wir eigentlich ein Date mit unserem Schatz morgen noch vereinbaren. Morgen müssen wir dann auf jeden Fall nochmal in die Minen. So. Und ich muss halt gucken wegen... Krystal. Weil da brauchen wir auch noch ne Menge. Genau. Wollte noch gucken, wie viel... Aber ich meine, es wären 10, die wir machen müssen. Wir gucken grad mal. Missionen. Ähm, da. 5. Eine fehlt noch. Kann ich die jetzt machen? Jawoll. Sehr schön. Sehr schön. Dann haben wir die fertig. Äh... Machen wir... Paar Stahlplatten. Eine können wir machen. Machen wir. So. Da können wir noch ein paar Hartholz-Dielen fertigen. Sodele. Tanken wir nochmal auf, sonst ist morgen alles leer. 10-Faser-Stoff. Hallo. Können wir noch mehr machen? Oder machen wir noch normalen Stoff? Oder können wir nur einen, aber... Immerhin. Tanken wir nochmal auf. Tanken wir nochmal auf. So. Ja, dann würde ich sagen... Gucken wir, dass wir morgen den Auftrag erledigt kriegen. Ich sag danke fürs Zuschauen und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.